epilogue severus snape drehte sich auf die seite licht fiel in das zimmer und er blinzelte kaum hatte er die augen geöffnet blickte er in die smaragdgrünen die ihn anstrahlten guten morgen elli sagte er flüsternd und strich dem kleinen jungen die schwarzen haare aus der stirn bist du wach fragte dieser und versuchte ebenfalls zu flüstern mit mäßigem erfolg aber der mann neben serius erwachte nicht jetzt schon kannst du nicht mehr schlafen fragte serius und der kleine schüttelte den kopf der heiler nickte stand auf und nahm die hand des kindes sagte er leise und der junge nickte grinsend harry rieb sich müde die augen ein leises weinen hatte ihn geweckt er sah neben sich aber die andere betthälfte war leer das weinen wurde energischer und so stand der inzwischen dreißigjährige auf und ging in das kleine kinderzimmer dessen wände goldene schnatze zierten guten morgen colin sagte er lächelnd und hob den zweijährigen aus dessen gitterbett na wo stecken denn dein vater und bruder fragte harry und sein jüngster sohn gluckste als antwort er stieg mit dem kind in das erdgeschoss des kleinen hauses alles war still nur das rauschen des nahen ozeans war zu hören harry öffnete die haustür und trat mit colin auf dem arm nach draußen ein warmer sommerwind umwehte sie und es roch nach salz und frisch gemähtem gras sieben jahre waren vergangen seit harry aus der klinik entlassen worden war es gab immer wieder rückschläge aber severus war da und hat ihn immer wieder aufgefangen harry hatte seinen dienst quittiert und arbeitete inzwischen seit sechs jahren in hogwarts als lehrer für verteidigung parallel mit remus severus hatte schnell erkannt dass harry luft zum atmen brauchte und hatte vorgeschlagen nach wilkhaven zu ziehen hier lebten sie nun seit guten fünf jahren und harrys seele hatte begonnen zu heilen das haus lag nicht weit entfernt von aileen und harold und es war ein echter glücksfall denn vor vier beziehungsweise vor zwei jahren stolperten elliot und colin in das leben der beiden inzwischen verheirateten männer harry hatte nie über kinder nachgedacht aber severus wusste wie sehr es sich insgeheim wünschte denn ihm selbst ging es nicht anders lächelnd dachte harry an den sommerabend bei sarah und george als sich sein leben und das auch von severus wieder einmal änderte rückblick fünf jahre zuvor so die kinder schlafen sagte sarah und setzte sich zu ihrem mann harry und severus in das gemütliche wohnzimmer des hauses wie macht sich isabel in der schule wollte severus wissen fragte ein mann sagte george grinsend und satze harry also in meinem unterricht ist die klassenbeste ich denke dass welchen klar sich glücklich schätzen kann sie zu haben sagte dieser lächelnd und wenn connor erstmal da ist sagte sarah grinsend der wusste dass der jüngste der beiden sicher für trubeln hogwarts sorgen würde ja ja daran denken wir noch nicht sagte sarah und nahm einen schluck wein also was ist mit euch denkt ihr an kinder wollte george wissen kurzer sarah zu harry er antwortete denken daran schon aber so einfach ist das nicht adaptionen dauern ihre zeit und naja wir dachten an eine leihmutterschaft denn durch den neuen abstammungstrank hätte ein kind ja nur unsere gene aber um wen fragt man da nein ich denke harry griff nach seiner hand und rückte sie vielleicht soll es nicht sein und wir sind auch so glücklich das haus ist toll und wir sind zusammen beendete er den satz seines mannes sarah satt zu george der kaum merklich nickte na also warum fragt ihr nicht mich wollte sie dann lächelnd wissen was fragen irritiert sah sarah zu seiner freundin ob ich ein kind für euch austrage du aber also das stotterte harry das wäre doch die beste lösung sagte george sarah starrte noch immer sarah an na das würdest du für uns machen wollte er wissen und sarah nickte ich mochte es schwanger zu sein und für euch würde ich es machen durch den trank ist das kind nicht meines es ist es ist es ist so als sei ich ein ofen und das ist für mich vollkommen okay also saf harry ich würde gern euer ofen sein sagte sarah und erhob das glas sarah satt zu harry dem tränen in den augen funkelten wir wissen nicht was wir sagen sollen wir wissen nicht was wir sagen sollen stotterte etwas unbeholfen griff aber genau wie harry nach seinem glas ihr müsst nichts sagen ihr habt viel durchgemacht und eines weiß ich ihr werdet perfekte väter sagte george und prostete den beiden zu danke danke für alles sagte harry mit brüchiger stimme und drückte sarahs hand so fest er konnte rückblick ende elizabeth geburt war das schönste was sarahs und harry je erlebt hatten der junge mit den wachen grünen augen und dem tiefschwarzen haar war harrys ebenbild und doch hatte er den wissensdurst von sarahs geerbt die beiden verband etwas besonderes beide männer hat es viel überwindung gekostet sarah um eine weitere leihmutterschaft zu bitten aber elizabeth sollte kein einzelkind bleiben sarah tat es nur zu gern und so kam colin auf die welt der kleine junge hatte kupferfarbenes haar das er wohl von lilly geerbt hatte seine augen und sein mund waren aber die von sarahs die beiden jungen machten harry und seinen mann perfekt und sie ließen besonders den jungen mann heilen immer dann wenn die schatten wieder nach ihm griffen waren es die kinder und vor allem sarahs die ihn wieder ins licht zogen schau colin wer da kommt sagte harry und erblickte in der ferne sarahs und elizabeth die auf das haus zu kamen da da jauchzte der zweijährige fröhlich und harry setzte ihn ab sodass er die letzten meter auf sarahs zulaufen konnte na mein kleiner sagte dieser und hob colin auf die arme dad papa und ich haben brötchen geholt lief ellen und wedelte mit der papiertüte das ist toll elli colin und ich haben auch schon einen riesen hunger sagte harry und gab seinem ältesten einen kuss auf die stirn guten morgen liebster sagte sarahs und küsste harry sanft morgen hat er dich sehr früh geweckt wollte dieser wissen aber sarahs schüttelte den kopf alles gut ich war ohnehin wach sagte er und setzte nun colin in seinen hochstuhl elli waschte die hände und dann gibts frühstück sagte er in den vierjährigen gewand während harry den tisch steckte und colin bereits auf einem croissant herumkaute wir schlafen heute bei grandma und grandpa verkündete elli als sie gerade mit dem essen fertig waren überrascht sah harry seinen mann an wir haben ma und dad im dorf getroffen und du kennst sie sie meinten dass wir doch sicher für ellis geburtstag morgen noch viel vorbereiten müssten und naja sagte sarahs und lehrte seine kaffeetasse schön gut schatz ich hab nur angst dass wir ihnen zu viel zumuten die beiden sind schon sehr häufig bei ihnen sagte harry und hob colin aus dem hochstuhl zauberte ihn sauber und in frische sache meine mutter wäre schwer beleidigt wenn sie es weniger wären sagte sarahs grinsend na schön wann sollen wir sie bringen wir sind schon da harry und auch sarahs fuhren herum harold und aileen standen in der tür und sofort taperte colin zu seiner großmutter gran brabbelte er und ließ sich von der frau auf die arme heben da ist ja mein kleiner colin sagte sie und kitzelte den kleinen jungen während elliot jauchzend in harolds arme sprang ma dad ich dachte ich bringe sie beiden heute abend wollte sarahs irritiert wissen ach naja wir dachten wir apparieren akkordclaw mit den beiden da ist sommerfest und pferdemarkt und elliot liebt doch pferde sagte harold und sein enkel nickte enthusiastisch aber aileen ist das nicht setzte harry an aber die frau hob mahnt die hand harry das ist nicht zu viel wir lieben die jungs und wir sind fit morgen früh bringen wir sie zurück und dann wird gefeiert sagte aileen in einem ton der keinen widerspruch zuließ und so fügten sich die beiden männer tja was machen wir jetzt mit dem angebrochenen vormattag wollte harry wissen als aileen die jungs und harold aus der tür waren schon spürte er sarahs hände an seinen hüften sanft küsste er den hals seines mannes ich wüsste da was raunte er und lächelnd drehte harry sich um na dann mr snape ich höre sagte er und küsste sarahs fordernd folgen sie mir mr snape sagte dieser grinsend und zog harry mit sich hand in hand liefen die beiden männer am späten nachmittag an der steilküste entlang alles gut fragte sarahs und sah harry forschend an könnte nicht besser sein warum fragst du wollte dieser wissen nur so und du du hast schlecht geträumt letzte nacht oder ja ja aber ich kann damit umgehen wirklich seff mir geht es gut bitte glaub mir sagte harry der wusste was im kopf seines mannes vorging sarahs blieb stehen und küsste sanft harry schläfer ja das weiß ich sagte er weißt du ich denke in letzter zeit oft an die zeit vor sieben jahren ich sehe dich an und denke immer wieder dass ich dich schon so oft beinahe verloren hätte und dann sehe ich wie du manchmal traurig die jungs betrachtest und ich ich habe einfach angst harry schloss severus harry schluckte schwer nickte und lehnte den kopf an severus brust ja ich weiß und ich habe auch angst aber ich lebe damit schon seit seit bald 15 jahren aber seit du da bist ist es anders ich sage nicht dass ich gesund bin aber du colin und aid ihr seid das wichtigste in meinem leben und ich verspreche ich werde dich euch nicht allein lassen sagte er und sah auf sarahs lächelte mild nickte und küsste harry kurz sie wussten beide dass es schwere zeiten geben würde aber sie hatten sich geschworen gemeinsam alles zu bewältigen und immer füreinander da zu sein und vielleicht würde es ihnen irgendwann gelingen die schatten endgültig zu besiegen ende dann füre ich mich und ich bleibe sie 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 Vielen Dank.